Ich bin in Rexys Körper. Es hat funktioniert, Leute. Drei, zwei, eins, und ich kontrolliere jetzt den Enderman. Aber warte mal, was ist denn das da oben? Da ist irgendwie eine geheime Kiste oder sowas. Oh, warte, das muss ich mir unbedingt anschauen gehen. Oh, Moment mal. Ich bin hier irgendwo ganz tief unten in einer Höhle und hier ist einfach eine Kiste. Oh, ich hoffe, da passiert nichts, wenn ich die aufmache. Oh, und zack. Oh, was ist denn da drin? Ganz viele Knochen. Und eine Flasche? Kontrollierungsflasche. Hm? Wer versteckt denn in einer dunklen Höhle so eine Flasche, Leute? Oh, aber... Oh, die riecht süß, die riecht nach... nach Gummibärchen. Hm. Oh? Oh, nein, das war keine gute Idee, das zu trinken. Oh, nein, mir ist ganz schwindelig. Oh, nein. Oh, nein. Hilfe! Hm. 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 Oh, mein Gott. Was zur Hölle war das denn? Oh. Oh. Warte mal. Oh. Warum bin ich im Wasser? Oh, Mann. Ich muss... Ich muss nach Hause. Wo ist meine... Oh. Da vorne ist meine Stadt. Ich bin gleich zu Hause. Ich hab gesagt, was ist los? Äh, ich war... Ich war in einer... Ähm. Äh. Leute, was zur Hölle? Äh. Äh. Lumi? Ja, Schleimi, was ist denn los? Moment mal, Leute, warum bin ich... Warum bin ich Schleimi? Äh, Schleimi, alles gut bei dir? Du wirkst komisch. Äh. Nein, ich bin nicht kom... Warte, warum rede ich mit mir selber? Hör auf zu schlafen, Schleimi. Hä? Aber ich schlaf doch nicht. Äh. Ah. Oh. Hä? Warte. Hä? Äh. Schleimi, bist du es? Ja. Äh. Warte. Äh. Irgendwas war gerade... Äh. Wir sehen uns später. Ich... Okay. Ich muss los. Oh, Mann, Leute. Irgendwas war gerade richtig merkwürdig. Auf einmal stand ich vor mir und ich hatte das Gefühl, ich war in Schleimi seinem Körper drin. Das liegt doch nicht etwa an diesem komischen Zaubertrank, den ich getrunken habe. Oh, Mann. Hä? Ich muss das schnell Braxy erzählen gehen. Der muss mir irgendwie weiterhelfen. Oh. Braxy, du wirst mir nicht glauben. Äh. Ich war gerade bei Schleimi und auf einmal... Oh. Oh. Hä? Hä? Nein. Nicht schon wieder. Warum bin ich jetzt auf einmal Braxy? Hä? Braxy, alles gut bei dir? Äh. Ja? Aber warum... Hm. Äh. Ja, bei mir ist alles gut. Sag mal, Lumi, ist bei dir auch alles gut? Hm. Ja? Warum fragst du so komisch, Braxy? Ähm. Äh, ich muss jetzt auf Toilette. Ich bin gleich wieder da, Lumi. Äh. Ich... Ich gehe auf Toilette. McDonald's. Au. Ah? Aua. Ah. Was zur Hölle? Geht hier vor sich? Ich hatte das Gefühl, ich war gerade in Braxy seinem Körper drin. Oh nein. Leute. Irgendwas ist ganz komisch mit mir. Ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich in den Körper der anderen kann und die irgendwie kontrollieren kann. Oh, das ist gar nicht gut. Irgendwas ist da ganz schief gelaufen. Aber, warte. Wie wäre das denn, wenn ich, wenn ich das ausnutze und das zu meinem Vorteil mache? Ich muss nur aufpassen und schauen, dass ich das richtig gut anwenden kann. Oh, warte. Ich, ich probiere das jetzt nochmal. Schließlich ist Odi ja auch zu Hause. Oh, hi, Odi. Sag mal, was hast du denn heute so Schönes gemacht, Odi? Lumi, ich war heute ganz viel Diamanten-Farm. Oh, Diamanten. Oh, Leute, das ist gut. Warte, ich probiere es aus. Ähm, Odi, weißt du was? Da hinten ist ein Vogel. Schau mal. Oh, ein Vogel? Wo? Da hinten. Dreh dich um. Oh, wow. Äh, Lumi? Komm schon jetzt. Komm schon. Oh. 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 Warte. Es hat funktioniert, Leute. Da bin ich. Und ich bin Odu. Ähm. Ähm. Lumi? Ähm. Ich war ja heute Diamanten-Farm, richtig? Ja. Das meintest du gerade zu mir. Ähm. Was hältst du davon, wenn ich dir meine Diamanten gebe? Was? Wirklich? Du willst mir deine Diamanten geben? Ähm. Ja. Oh. Leute, es funktioniert. Odi, gib mir jetzt deine Diamanten. Komm schon. Ja. Hier sind die Diamanten von Odi. Hm. Warte. Hm. So, Lumi. Ähm. Ich war ja Diamanten-Farm. Hier sind deine Diamanten. Nimm sie alle. Das ist gar kein Problem. Komm schon. Ich schenke sie dir alle. Wow. Das ist ja wirklich nett von dir. Dankeschön, Odi. Ähm. Aber gar kein Problem. Ich gebe dir doch gerne meine Diamanten. Oh. Oh. Ich bin wieder ich, Leute. Und ich habe die ganzen Diamanten von Odi. Oh. Wie cool, Leute. Äh. Äh. Lumi? Ja, Odi? Sind das meine Diamanten? Äh. Die Diamanten? Äh. Nein. Wie kommst du darauf? Äh. Ich habe die vorhin gefunden. Äh. Im Teich draußen. Äh. Ich habe es doch jetzt ganz eilig. Wir sehen uns später. Äh. Okay. Oh, Mann, Leute. Wie cool. Das funktioniert einfach. Ich kann die Gedanken meiner Freunde steuern. Und somit kann ich mir einfach ganz viele gratis Diamanten holen. Boah. Das ist richtig cool, Leute. Oh, Brexi. Bleib kurz stehen. Warte, warte. Stopp mal ganz kurz. Oh. Was willst du? Lass mich durch. Ähm. Brexi. Du hast ein neues Auto. Hm. Ich habe den gekauft für 400 Diamanten. 400 Diamanten. Oh, Mann, Leute. Ich wollte auch schon immer so ein Auto haben. Warte mal. Ich weiß, wie ich das Auto bekommen kann. Ähm. Warte. Oh, ich glaube, es funktioniert, Leute. Oh. Es hat funktioniert, Leute. Ich bin in Brexys Körper. Ähm. Blumi? Blumi? Ja? Ähm. Ja, das ist mein neues Auto. Aber ich glaube, ich brauche das sowieso nicht. Wie? Du brauchst das nicht? Das kannst du mir ja bestimmt dann geben, oder nicht? Ähm. Äh. Ja. Ja, natürlich kann ich dir das geben. Ich meine, diese 400 Diamanten kann ich mir sowieso ganz schnell wieder besorgen. Klar. Hier hast du die Autoschlüssel. Nimm die ruhig. Und das Auto darfst du dich auch behalten, Lumi. Was? Wirklich? Das ist ja richtig nett von dir. Dankeschön, Brexys. Ähm. Gar kein Problem, Lumi. Viel Spaß. Oh. Oh. Leute. Ich habe die Autoschlüssel. Ja. Das ist jetzt mein Auto. Ich habe es mir einfach selber geschenkt, indem ich in Brexys Kopf war. Und jetzt würde ich sagen, fahre ich weg mit seinem Auto. Wow. Leute. Ich wollte schon immer so ein cooles Auto haben. Oh. Guckt euch dieses coole Auto an, Leute. Boah. Brexys Auto ist ja richtig cool. Boah. Das ist richtig lustig. Oh. 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 Oh nein. Oh. 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 Oh nein. Ich habe sein Auto versenkt. Oh. Was ein dummes Schlamassel aber auch. Hm. Aber egal. Ich muss dir sowieso nichts bezahlen. Weil Brexys hat mir es ja geschenkt, Leute. Oh. Leute. Ich fahre jetzt den Rasenmäher von Schlamy einmal hinter sein Haus. So. Und ich bin ja jetzt immer noch mit Schlamys Körper. Wie lustig wäre es denn, wenn Schlamy jetzt sein eigenes Haus anzündet. Boah. Das wird richtig lustig. Oh. Warte. Oh. Das ist echt ein bisschen gemein. Ja. Oh. Er hat ja ein richtig cooles Haus. Hm. Okay. Mein Ich. Keine Ahnung, was mein Ich gerade da hinten macht, Leute. Aber egal. Aber ich bin ja gerade Schlamy. Und ich glaube, ich werde ihn sein eigenes Haus anzünden. So. Oh. 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 Schlamy, warum zündest du dein eigenes Haus an? Ähm. Weil. Das ist meine Bestrafung, weil ich dich geweckt habe. Hä? Aber deshalb brauchst du nicht dein Haus anzünden. Äh. Doch, doch. Alles gut. Ich kann das neu bauen. Das ist schon in Ordnung. Alles gut. Das kann ruhig alles brennen. Oh. Oh nein. Schlamy, dein Haus brennt. Lumi, komm raus. Oh. Oh. Oh ja. Oh. Hä? Was ist für mein Haus passiert? Was ist für mein Zichel? Äh. Warum habe ich ein Feuerzeug in der Hand? Ähm. Schlamy, du hast gerade dein eigenes Haus angezündet. Ja. Ja, das habe ich gesehen. Doch. Du hast... Ich bin sofort hergelaufen. Ich dachte, mit dir stimmt was nicht. Jungs, was ist der Krach hier? Ähm. Schlamy hat gerade sein eigenes Haus angezündet. Hä? Schlamy? Bist du doof? Das war... Das war ich. Ja. Ja. Also, ich kann mir das wirklich nicht erklären. Also, ich sage euch ehrlich, an eurer Stelle wird die Schlamy von der Insel verbannen. Was, wenn er unser Haus auch noch anzündet? Du hast recht. Schlamy, du doofkopf. Hä? Ich würde das doch gar nicht machen. Irgendwie... Ich weiß auch nicht. Schlamy, raus. Hä? Schlamy, raus. Schlamy, raus. Schlamy, raus. Schlamy, raus. Aber ich... Ich war das doch gar nicht. Oh, Mann, Leute. Es war echt ein bisschen gemein. Schlamy scheint jetzt echt traurig deswegen zu sein. Hm, Leute. Vielleicht können wir Schlamy ja aufmundern, indem ihr jetzt alle nochmal ein Like da lasst. Das würde Schlamy bestimmt freuen, Leute. Also, lass dein Like da. Drei... Zwei... Eins... Wow! Also, Schlamy, wirklich ganz merkwürdig, dass du einfach dein eigenes Haus anzündest. Das Ding ist, ich würde niemals mein eigenes Haus anzünden. Aber, Brexit, ich kann dich genauso fragen, warum du Lumi zum Beispiel dein Auto geschenkt hast und nicht mir. Hä? Ich würde Lumi meinen Bus niemals schenken. Das hat 400 Diamanten gekostet. Hast du gestern gemacht, Lumi? Äh. Jungs, mir fehlen auch Diamanten. Äh. Hä? Lumi? Äh. Also, Jungs, ich kann euch das alles erklären. Das ist, äh, nämlich... Ähm. Oh, oh. Leute. Hinterher! Hä? Nein, nein, nein. Warum nimmst du weg? Oh, komm schon. Ist hier vielleicht in einer Höhle irgendwo ein Creeper? Komm schon, bitte. Oh, ja. Da ist ein Creeper. Jetzt kann ich das Modul direkt ausprobieren, Leute. Und... Piep, piep, piep. Und... Oh, wow. Leute, ihr seht. Ich bin jetzt in den Gedanken vom Creeper. Und kann ihn kontrollieren. Jetzt werde ich als Creeper... Oh, zu den beiden runterlaufen und alles explodieren lassen. Weil die meine Diamanten geklaut haben. Ich schleiche mich langsam an, Leute. Jimmy! Ein Creeper! Ah! Ich werde explodieren! Ah! 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 Ja! Es hat funktioniert, Leute. Ich habe den Creeper kontrolliert und bin explodiert. Ah! Jetzt war es das. Jetzt kann ich ihm meine Diamanten wiederholen. Oh, her damit! Oh, her damit! Gebt mir all eure Sachen! Oh, man, Leute. Wie cool! Das macht richtig Spaß, Mobs zu kontrollieren, Leute. Oh, man, Leute. Ich finde nichts. Ich bin jetzt die ganze Zeit... Da ist eine! Ich habe eine gefunden. Da ist eine Mieze-Katze. Seht ihr das, Leute? Warte, ich brauche mein Kontrollmodul. Schau mich an, Mieze-Katze. Bip, 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 bip. Oh, tschak! Oh, Leute. Es hat funktioniert. Ich kontrolliere jetzt die Mieze-Katze. Wie cool! Oh, ich glaube, da kann ich meinen kleinen Bruder auf jeden Fall überraschen, wenn ich als Katze zu seinem Geburtstag komme. Ich meine, er hat sich unbedingt eine Katze gewünscht. Vielleicht war das mit dem Küper wirklich ein bisschen gemein. Aber spätestens jetzt kann ich es wieder gut machen. Oh, Mann. Weil ihr wisst, Leute, Katze sind richtig selten und teuer. Oh, ich hoffe, die sind wieder zu Hause. Oh, ich will ihn jetzt unbedingt als Katze überraschen. Happy Birthday to you! Toll Geburtstag! Viel... Hä? Hä? Hast du gerülpst? Nein! Hä? Oh, Leute, jetzt! Jetzt ist unser Zeitpunkt! Ja! Was ist das denn für eine süße Katze? Hä? Äh, die, die, die hab ich dir geschenkt! Oh, wie lieb von dir, Brixi! Ich will dich umarmen dafür! Oh! Komm her! Guck, ich hab an dich gedacht! Nicht wie Lumi! Lumi hat dir nämlich nichts gebracht! Du bist richtig nett! Das werd ich dir niemals vergessen! Oh, Mann! Oh, Mann! Hä? Wie gemein von Brixi! Er sagt einfach, dass er ihm die Katze geschenkt hat! Obwohl ich die Katze bin! Das werd ich ihm noch zurückzahlen! Oh! Aber mein kleiner Bruder kann nix dafür! Ich muss einfach mitspielen, Leute! Ähm... Miau! Oh, wie süß! Die, die miaute mal, wenn ich sie anschaue! Ich will ihr einen Namen geben! Ich, ich nenn sie Jenny! Hm, das ist Jenny, die kleine Mieze! Hä? Hm, die kannst du so nennen! Die war echt teuer! Ich musste fast mein ganzes Ersparnis ausgeben! Mann, das stimmt gar nicht! Was erzählt Brixi da, Leute? Ich sag euch, das ist echt gemein, was er da macht! Aber das werd ich ihm noch zurückzahlen! Ich hab da so ne Idee, Leute! Ich hab nämlich vorhin hier oben irgendwo nen Enderman gesehen! Wartet! Hä? Ha! Da oben ist er! Leute, ich werd jetzt die Gedanken vom Enderman steuern! Komm her, ich brauch mein Kontrollmodul! Drei, zwei, eins und... Oh, Leute, ihr seht, ich kontrollier jetzt den Enderman! Und das ist auch perfekt! Denn damit werd ich Brixi jetzt einfach seine Badeklamotten stehlen! Und das wird richtig lustig, weil dann muss ja dackig nach Hause laufen! Oh, ansonsten schaut mal... Hä? Hä? Brixi, mach was nicht! Oh, werden die da Spaß haben? Komm ich als Enderman! Oh, Timmy, komm mal her! Hast du schon mal einen Enderman gesehen? Nein, der sieht böse aus, ah! Ja, aber du sollst ihm nur nicht in die Augen gucken, der macht schon nix! Genau, ich mach gar nix! Außer deine Badeklamotten zu stehlen! Oh, schaut mal! Hä? Brixis T-Shirt, Brixis Hose, Brixis Schuhe? Ich werd ihm jetzt einfach all seine Klamotten klauen! Hä? Schaut mal, ich hab jetzt einfach alles hier! Was macht der da? Was denn? Oh nein, der ist an meiner... Hä? 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 Oh, schnell weg, Leute! Ich hab seine... Er hat seine Klamotten geklaut! Hä? Das hast du davon, wenn du so gemein bist! Jetzt kannst du nackig nach Hause laufen! Oh mein Gott, wir müssen schnell weg, Leute! Oh mein Gott, schnell, schnell, schnell! Hase, schnell bist du nicht! Komm zurück, Brixi! Lass du nicht so schlindern! Dann läufst du eben so nach Hause! Du musst so nach Hause laufen! Ha, 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 ha! Das ist gar nicht lustig, Timmy! Doch! Dann kannst du dein Geburtstag auch alleine feiern! Hey, du, 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 du bist einfach nackig! Und du bist ein Blödmann! Hör, nimm was zurück! Weißt du was? Dann geh doch, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben! Du hast nur schlechte Sachen über Lumi erzählt! Bestimmt stimmt das alles gar nicht! Du Blödmann! Oh, kein Wunder, kein Wunder, warum Lumi deinen Geburtstag vergessen hat! Ich kann ihn verstehen! Oh, jetzt reicht! Hau einfach ab, Brixi! Oh, es hat funktioniert, Leute! Jetzt haben sie sich gestritten! Aber warte mal! Hä? Er hat ihn jetzt einfach alleine gelassen! Wie soll er denn zurückfinden? Äh, äh, ich... Ich weiß nicht, was ich machen soll! Ich bin irgendwo und nirgendwo... Oh nein, Leute! Das gibt's nicht, Brixi! So ein Fiesling! Seht ihr? Und schon ist er gegangen! Nur weil er keine Klamotten mehr hat zum Anziehen! Haha! Aber warte mal! Jetzt müssen wir ihm irgendwie zurückhelfen, Leute! Der arme Jimmy weiß gar nicht, wie er nach Hause kommt! Wie soll ich das am besten machen? Äh, wartet, vielleicht... Wartet mal! Da hinten ist ein Pferd! Das prägt mich auf eine Idee! Vielleicht kann ich einfach das Pferd kontrollieren! Und dann kann er mit mir gemeinsam ins Dorf zurückreiten! Ich will ihn einfach zeigen, wo er lang muss! Ich meine, er kann dann einfach auf mir reiten! Und somit kann ich ihn nach Hause bringen! Oh, okay, Leute! Ich muss nur schnell zu dem Pferd rüber! Komm schon! Oh, komm her, du Pferd! Komm schon! Oh, da bist du ja! Schnell bleib stehen! Ich brauche mein Kontrollmodul! Oh, und komm schon! Bip, 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 bip! Oh, und zack, Leute! Schon kann ich das Pferd kontrollieren! Oh, jetzt werden wir ihn einfach nur noch zu Jimmy gehen und werden ihn den Weg zurück ins Dorf zeigen! Oh, komm schon! Oh, und ich hoffe, er sieht mich, Leute! Aber was ist das denn da drüben? Das... Das ist doch ein Pferd! Ich bin ein Pferd! Oh, ich muss zu ihm, Leute! Komm schon! Oh, da ist ein Pferdchen! Hey, Pferdchen! Ja? Wo kommst du denn her? Das ist eigentlich egal! Hauptsache, wir müssen ihn nach Hause bringen, Leute! Wir müssen ihm irgendwie zeigen, dass er auf uns drauf springen muss! Komm schon, spring drauf, Kleiner! Ich bring dich nach Hause! Was willst du von mir? Ich will nach Hause! Weißt du, wo mein Zuhause ist? Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht soll... Ich weiß, wo dein Zuhause ist! Jetzt komm schon! Er muss auf mich drauf springen! Ich reite ihn nach Hause! Soll ich wirklich auf dich drauf steigen und dann reiten wir irgendwo hin? Ja, mach schon! Er muss drauf springen, Leute! Aber du bist so groß! Ah! Oh, hier, Pferdchen! Hier! Wie cool! Jetzt reitet er einfach auf uns! Und jetzt werde ich ihn einfach zurück nach Hause reiten! Wenn Brex hier einfach weg ist, dann ist das jetzt unsere Aufgabe! Aber guck mal, wie cool! Ich hoffe, er freut sich, Leute! Ja! Ich komme endlich nach Hause! Hoffentlich kennst du den Weg, Pferdchen! Ich verlasse mich auf dich, ja? Natürlich können wir den Weg nach Hause, Leute! So, einmal hier rechts lang über das Wasser! Oh, das macht richtig Spaß, meinen kleinen Bruder nach Hause zu reiten! Oh, mein Gott, Leute! Ist das nicht cool? Oh, so, dann einmal hier unten lang! Jetzt wird es ja ein bisschen dunkel! Aber wir schaffen das! Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns wieder, wenn wir im Dorf angekommen sind! Oh, wir sind ja bald da! Oha! Du hast das echt gut gemacht, Pferdchen! Seht ihr, Leute? Er ist stolz auf mich, weil ich ihn wieder nach Hause gebracht habe! Oh, das ist auch meine Aufgabe als großer Bruder! Ich wünschte, er wüsste nur, dass ich das bin! So, dann würde ich sagen, setzen wir dich hier einmal ab, kleiner Mann! Und da sind wir! Oh, du hast mich genau zu meinem Haus gebracht! Du bist das beste Pferdchen auf der Welt! Hm? Weißt du was? Ich habe einen Bruder und der ist auch immer für mich da! Und du erinnerst mich voll an meinen großen Bruder irgendwie! Ich mag dich! Oh, das hat er toll gesagt, Leute! Wie süß von ihm! Hä, okay, aber ich muss jetzt auch gehen! Ich würde sagen, äh, warte mal! Plexi hat mein komplettes Haus aus Erde gemacht! Nein, das hat er nicht wirklich gemacht! Was macht er da mit meinem Haus? Er macht das aus ganzer Erde! Was soll das? Na, na, na! So, da kann Lumi was erleben! Hm? Pferdchen? Was machst du denn hier? Oh, du wirst noch sehen! Er hat einfach mein ganzes Haus aus Erde gemacht! Ein ganzes Haus, wo ich jahrelang gebaut hab! Leute, das werde ich diesen kleinen Frechdachs zurückzahlen! Wir werden nur auf die Nacht warten! Und dann ist es Showtime! Und dann werden wir Brexit zur Strecke bringen! Oh, wir müssen nur warten, bis es dunkel wird, Leute! Okay, Leute, komm schon, Kontrolliermodul! Oh, zack! Ihr seht, Leute, ich hab mich in ihn verwandelt und bin ein richtig gruseliger Mann! So, ich hab natürlich auch die Kettensäge von ihm dabei! Und jetzt würde ich sagen, Leute, schleichen wir uns mal in Plexi sein Haus! Und werden ihn zur Strecke bringen! So, und das ist jetzt ein für alle Mal unsere Rache an ihn! Dafür, dass er die ganze Zeit so gemein war! Zum Glück habe ich heute mein Kontrollierungsmodul, Leute! Sonst würde ich mich das niemals trauen, mich in so eine böse Gestalt zu verwandeln! Aber jetzt würde ich sagen, überraschen wir erst mal Plexi zu Hause! So, ich würde sagen, wir klingen einmal! Er wird sich bestimmt fragen, wer nachts um die Uhrzeit bei seiner Tür wartet! So, wir klingen einmal! Wer klingelt denn um diese Uhrzeit? Das ist voll spät! Überraschung! Oh nein! Lumi, Hilfe bitte! Er hat eine Kettensäge! Jetzt rennt er weg, Leute, und will Hilfe von mir! Wenn er wüsste, dass ich es bin! Ha, Plexi, bleib stehen! Jetzt hab ich dich! Lumi, mach die Tür auf! Oh nein, oh nein! Oh, bitte, bitte, bitte! Ich hab nichts gemacht! Komm weg und verlass die Insel, bevor ich dich in Stücke seh! Oh, Leute, ich glaube, er ist weg! Ich glaube, er verschwindet! Wir haben's geschafft! Plexi verlässt die Insel! Ha, ich glaube, jetzt haben wir es ihm aber wirklich gezeigt, Leute! Oh, das war richtig cool! Oh, zum Glück hatte ich heute mein Kontrollmodul, um alle Mobs zu kontrollieren, Leute! Oh, Leute, ich bin jetzt gleich am Fußballplatz angekommen! Oh nein, die warten alle schon! Oh, Mann! Oh, hi, Plexi, was geht? Oh, Lumi, komm jetzt endlich! Wir warten alle auf dich! Ich will dich nämlich herausfordern! Ähm, ja, aber Plexi, du weißt doch, ich bin der bessere Fußballspieler! Haha! Das werden wir doch sehen! Komm mit! Und ihr, ihr guckt für heute zu, oder was macht ihr hier? Mhm! Ich feuere Plexi an! Plexi! Plexi! Hä? Warum, aber warum wollt ihr Plexi an? Hanna, wir sind doch, aber, also, hä? Ja, aber er hat voll viel trainiert! Und ich bin für den Gewinner! Mhm! Und ich find gelb richtig cool! Äh, okay! Plexi! Plexi! Los, Plexi! Mann, ihr seid die Besten! Danke! Leute, ich werd Plexi sowas von fertig machen! Weißt du was, Plexi? Ich bin bereit! Ich lauf los! Drei! Zwei! Eins! Und los geht's! Anstoß! Komm schon! Das ist kein Fall! Nein, 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 nein! Und hier durch! Oh nein! Und nochmal da durch! Nein, 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 nein! Und zack! Los, Plexi! Nein, warte mal! Das schaffst du niemals! Ja, Plexi, let's go! Nein, 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 ich bin ein... Und da rein! Ich hab den Ball! Du kommst hier nicht weit! Tor! Ja, Plexi! Mann, er hat mich getunnelt! Plexi, mit Tunnel ist unfair! Wir haben nicht gesagt, dass wir mit Tunnel spielen! Oh, weh! Oh, Mann, kommt los durchdrücken, Freunde! Ja! Oh, yippie! Okay, guck, 1-0 für mich! Ja, das war erstmal der erste Punkt, das erste Tor! Das heißt noch gar nichts, Leute! Es geht weiter! Ich werde jetzt hier... Genau, du hast mich festgehalten! ...ins Ziel! Ja, komm schon! Und? Und? Ey! Ja! Was? Plexi, nein, nein, nein! Ich werde jetzt ein Tor schießen! Jetzt schieße ich ein Tor! Zack! Ein Tor für Lumi! Oh, das zählt nicht! Hanna, sag was! Du hast mich gefault! Warte mal, jubel doch, Hanna! Ich habe auch ein Tor geschossen, warum freut ihr euch nicht für mich? Weil du gefault hast! Und das darf man nicht! Hä, wo habe ich denn gefault? Du hast mich festgehalten, Lumi! Guck! Hier drüben hast du mich festgehalten! Hä, Lumi? Die stellen sich alle gegen mich! Was soll ich jetzt nur machen? Leute, ich... Ich habe Angst vor der letzten Runde! Das ist die Entscheidungsrunde! Wer jetzt gewinnt, der hat die Fußballrunde gewonnen! Ich werde mir jetzt einfach ganz doll wünschen, dass... Dass Brexy sich... Dass Brexy sich verletzt! Er soll stolpern und sich... Und sein Bein soll wegknicken! Er soll... Er soll hinfliegen! Dann kann ich ein Tor schießen! Ich werde mir das jetzt einfach wünschen! Bitte, wenn mich jemand hört! Irgendein Engel oder irgendjemand! Bitte, bitte, bitte! Ich muss das gewinnen, bitte! Okay! Brexy, bist du bereit für die nächste Runde, ha? Ich bin bereit! Los, komm schon! Okay! Drei, zwei, eins... Angriff! Ja! Und zack! Und... Au! Au! Ja! Brexy! Ja! Jetzt kann ich ins Ziel laufen! Au, mein Fuß! Jetzt werde ich ein Tor schießen! Zack! Blumi! Blumi! Wow! Ja, ich habe nämlich jetzt gewonnen! Hm? Jetzt... Jetzt bin ich der Fußballstar! Siehst du? Äh, äh... Freut ihr euch für mich? Na klar! Ich habe sogar Chili der Pompons! Äh... Ja! Oh, das ist ja richtig nett von dir, Hannah! Oh, Leute, aber echt merkwürdig! Ich habe mir gewünscht, dass Brexy stolpert und es ist wirklich passiert! Naja, vielleicht war das auch nur Zufall! Jedenfalls bin ich jetzt der neue Superstar! Äh, ihr habt doch hoffentlich gefilmt, dass wir das in der ganzen Schule zeigen können, oder? Mhm, ich habe gefilmt! Und, äh, Brexy soll jetzt den... den Rasen verlassen! Das ist dein Rasen! Äh, genau! Aber... Brexy ist doch trotzdem unser Freund, oder nicht? Äh... Er war zu schlecht für uns! Ne? Hm, ja, aber er ist ganz nett! Aber du bist viel, viel besser! Aha! Okay! Ja, dann, äh... Wir treffen uns dann, äh, später, würde ich sagen! Und vergesst, äh, den Mathe-Test morgen nicht in der Schule, ja? Äh... Okay, bis später! Leute, aber ich bin noch ein bisschen enttäuscht! Hm, auf einmal, nur weil ich gewonnen habe, haben die sich voll gefreut für mich! Die ganze Zeit haben sie Brexy angejubelt! Und jetzt nur, weil ich der Gewinner bin? Wir könnten doch auch so Freunde sein! Egal, ob man gewinnt oder verliert! Das ist irgendwie von allen nicht nett gewesen! Auch von mir nicht, dass ich mir das gewünscht habe! Aber... Ich wollte unbedingt gewinnen! Egal, Leute! Dafür werde ich morgen meinen Freunden im Mathe-Test helfen! Ich weiß, Brexy hat sowieso wieder nicht gelernt! Das heißt, ich werde ihn morgen einfach abschreiben lassen! Dann, äh, habe ich wenigstens noch eine gute Tat vollbracht! Ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal... Äh, 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 Brexy! Äh, 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 vergesst den Mathe-Test morgen nicht, okay? Hä? Na... Nein, nein, sag bitte nicht Mathe-Test! Nein, mach dir keine Gedanken, Brexy! Ich werde lernen und du kannst dann einfach abschreiben bei mir, okay? Oh, du bist der Beste, Mann! Danke, Lumi! Ich gehe nach Hause, mein Fuß tut noch so weh von eben! Oh, okay! Ja, bis später! Hör, ich werde jetzt erstmal lernen gehen! Und dann werde ich morgen und für Brexy eine gute Note schreiben! Oh, Mann, das wird bestimmt spaßig! Ah! Oh, oh, oh! Oh, Wecker klingelt! Es heißt, aufstehen, Leute! Denn, äh, warte mal! Irgendwas war heute... Stimmt, der Mathe-Test! Und natürlich habe ich gestern noch gelernt, weil ich werde Brexy abschreiben lassen! Das nach gestern kann ich so nicht stehen lassen! Wir müssen jetzt was Gutes tun, Leute! Das heißt, äh, ich werde ihn abschreiben lassen! Und dann wird er bestimmt auch eine gute Note schreiben! Das heißt, ich mache mich jetzt auf direkten Weg in die Schule... Oh, nein, ich tolpert! Ich habe meine Bücher vergessen! Natürlich brauchen wir meine Bücher noch, Leute! Oh, meine Bücher! Oh, nein, ich tolpatsch habe den Schlüssel drin liegen lassen! Nein! Jetzt habe ich mich ausgesperrt! Oh, nein, bitte, Tür, geh auf! Wenn ich jetzt meine Bücher nicht mitnehme, kann ich Brexy auch nicht abschreiben lassen! Nein, nein, nein! Oh, meine Eltern sind auch nicht zu Hause! Wie soll ich jetzt reinkommen? Oh, nein, 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 die Tür ist abgeschlossen! Äh, warte mal! Ich wünsche mir einfach, dass die Tür auf ist! Wünsch dir, Lumi, dass die Tür auf ist! Ich wünsche mir, dass die Tür auf ist! Hm, beim Fußballspielen hat das ja auch funktioniert! Okay, komm schon, ich versuche es jetzt einfach nochmal! Drei, zwei, eins... Was? Die Tür ist auf einmal auf! Es hat funktioniert! Leute, das ist bestimmt aber nur Zufall! Ich kann mir ja nicht einfach Sachen wünschen, ne? Hm, wer weiß, vielleicht hat irgendein kleines, äh, Ameischen die Tür aufgemacht! Wer weiß, warum auch immer! Jedenfalls werde ich jetzt hier erstmal meine Bücher mitnehmen, denn die brauche ich auf jeden Fall für die Schule! So, okay, jetzt kann es aber losgehen, Leute! Jetzt bin ich bereit für die Mathearbeit! Oh, Mann, ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu spät, weil ich mich ausgesperrt habe! Ich muss mich jetzt auf jeden Fall beeilen, Leute! Kinder! Äh, Herr Schniedl, tut uns leid, dass wir zu spät sind! Wir mussten noch einer, äh, 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 einer Katze über die Straße helfen, stimmt's, Plexi? Ja, genau, die Katze! Die beste Schülerin heute wird eine Schülerin, denke ich, sein, denn sie war die Erste hier! Hanna, hast du sehr gut gemacht! Du bist immer pünktlich da! Ja, sie müssen jetzt nicht wieder die Mädchen loben! Wie wär's, wenn wir einfach in den Klassenraum reingehen und anfangen mit der Arbeit! Okay, psst, Plexi, hier, hier ist das Buch! Hier stehen alle Lösungen drin, du brauchst das nur abschreiben, ja? Hörst du's, Plexi? Oh, du bist der Beste, danke! Okay! Hey! Was macht ihr da? Äh, 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 gar nix! Ich sag das dem Lehrer! Oh nein! Herr Schniedel! Nein, nein, nein! Ja, Hanna? Schnell wünschen! Wir müssen uns wünschen, dass Hanna uns nicht verpetzt! Komm schon, komm schon, komm schon! Hanna, was ist los? Jetzt rede! Ich hab's vergessen, verdammt! Okay! Gott sei Dank, Leute! Echt cool! Irgendwie alles, was ich mir wünsche, geht in Erfüllung! Das ist echt merkwürdig, aber auch gleichzeitig cool! Ah, ich werd einfach irgendwas hinkritzeln! Oh, nein, es... Sünder! Ah, äh, äh, Brexi, bist du fertig mit Abschreiben? Ja, los! Okay, dann, äh, wir sind fertig mit... So, abschieben jetzt, ne? Schön, her damit! Ja... Na gut, Brexi, du auch! Ja, hier... Ja, und jetzt, Hanna, dein Buch auch nochmal, bitte! Sie haben mein Buch schon, Herr Lehrer! Ach, stimmt, du warst ja die Erste, ne? Hast du recht! So, ihr geht jetzt alle raus! Und ich werd jetzt eure Bücher kontrollieren und nach der Pause erfahrt ihr, welche Note ihr bekommt! Raus mit euch, raus mit euch jetzt los! Äh, okay! Gleicher, Lehrer! Ihr wisst ja, wie das Ganze läuft! Wie immer werd ich sagen, wie viel Einsen und wie viel Lieden wir haben! Und heute ist ein besonderer Tag! Denn... Ein, ein besonderer Tag! Brexi, das hört sich doch gut an, oder? Oh, oh, weiß nicht! Fühl mich nicht gut! Ich glaub, ich hab Bauchschmerzen! Nein, nein, nein! Herr Lehrer, sagen Sie uns, warum ist ein guter Tag heute? Kinder, wir haben eine einzige Eins unter euch! Das ist wirklich super! Aber leider haben wir auch zwei Sechsen! Wie, warten Sie? Eine Eins und zwei Sechsen? Ja, das stimmt! Und ich werd gleich die Arbeiten verteilen! Oh nein, Leute! Ich habe Eins! Hä? Das weißt du doch gar nicht! Haha, ja, Hannah, sehr gut! Du darfst dich vielleicht ja wirklich freuen! Wer weiß! Nein, 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 Brexi! Oh Mann, ich wollte doch bei dir abschreiben und eine gute Note haben! Was würdet ihr da? Ich, ich hab da nichts gehört! Oh nein, Leute, was machen wir jetzt? Brexi wollte doch eine gute Note! Ich hab ihn extra abschreiben lassen! Warte, ich werd mir jetzt einfach wünschen, dass diese einzige Eins, die es gibt, dass sie Brexi bekommt! Wisst ihr was? Ich nehm die Sechs in Kauf! Hauptsache, Brexi freut sich wieder mal, Leute! Okay, ich wünsch mir jetzt einfach ganz fest, dass Brexi die Eins bekommt! Komm schon, Lumi! Jo, Kinder! Es ist soweit! Aber ich muss euch leider gestehen, ihr wisst ja, eigentlich, normalerweise hat immer die Hannah eine Eins! Hä? Hannah? Warte mal, hat Hannah diesmal etwa keine Eins, ihr Lehrer? Hannah, ich werd dir jetzt die Note geben, ob du willst oder nicht! Ach, was war eine komplette Enttäuschung! Eine Sechs! Hä? Eine Sechs! Hä? Hä? Aber das ist nicht fair! Ich schreib doch immer Einsen! Keine Widerrede jetzt! Lumi, du bist der Nächste! Oh, 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 oh! Bitte Leute, wenn ich jetzt die Sechs hab, heißt das... Das war nix! Sechs! Ja! Ich hab eine Sechs! Was? Wieso freust du dich über eine Sechs, Lumi? Oh nein, jetzt hab ich die Sechs! Das heißt ja, dass Braxy logischerweise dann die Eins hat, oder nicht, Herr Lehrer? Ja, Braxy hat wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Ein einmäßiger Musterschüler. Eins mit Sternchen. Oh, ich hab ne Eins. Oh mein Gott. Lumi, das hab ich ganz allein geschafft. Ich bin so klug. Ich hab das Buch falsch rumgehalten. Und dann hab ich ne Eins geschrieben. Das ist doch nicht laut, Braxy. Oh Mann, ich weiß echt nicht, was ich... Hey, hey, hört auf zu lachen. Hey, hallo, nicht hingucken, Mann. Es ist nicht mal lustig, hört auf zu lachen. Mann, ich war doch nur baden. Und dann hat irgendwie so ein Fuchs oder sowas meine Anziehsachen geklaut. Und jetzt muss ich so nach Hause laufen. Aber ey, ihr sollt aufhören zu lachen, Mann. Mann, ey, wenn das heute so weitergeht, wird das echt noch der lustigste Tag aller Zeiten. Auch wenn's eigentlich gar nicht lustig ist. Oh Mann, Freunde. Ey, ich glaub, ich hab heute nen richtigen Pechtag erwischt. Oh, mal schauen, wie's meinen Freunden geht. Die haben mich nämlich auch grad angerufen und meinten, dass denen auch schon ganz peinliche Sachen passiert sind. Also, wenn ihr diesen super lustigen Tag heute nicht verpassen wollt, lasst unbedingt jetzt alle einen Like da, damit euch die Anziehsachen nicht geklaut werden. Oh Mann, selbst das Hühnchen lacht mich auch so blöd, Mann. Freunde, ich würd sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Brexie, klopf, klopf, bist du zu Hause? Ja. Ja, jetzt, ja, hi. Hi, Brexie, was machst du? Äh, ich hab Kuchen gegessen. Müsst du ein Stückchen Kuchen? Äh, wolltest du nicht deinen Weg reparieren? Der ist immer noch aus Sand. Ich hatte doch kein Holz. Ah, äh, ja, was, was, was treibst du so? Äh, ich hab, also, äh, wieso? Äh, mh, schönen Kuchen hast du gebacken, muss ich sagen. Dankeschön. Boah, hast du den mit diesen Öfen hier gebacken? Mhm. Boah, das ist ja, oh, boah. Boah, die sind echt, aber die könnten, glaube ich, mal ein Upgrade gebaut, oder mal, du musst mal putzen oder so, die sind echt ziemlich schmutzig, Brexie, muss ich dir ehrlich sagen. Ich muss dir gleich, guck mal, ich muss dir noch was zeigen. Ich geh, ich hol kurz was, ich bin gleich wieder da. Äh, okay. Das ist unsere Chance, schnell die Öfen austauschen. So, zack, jetzt die Ofenmine. Okay, perfekt. Lumi? Ja? Ich? Ich kann's dir doch nicht zeigen, sorry. Ich, äh, ich hab ein bisschen Kuchen gegessen, war das schon... Bisschen? Äh, ja. Du hast ja alles aufgegessen. Tut mir leid, ich hatte echt... Raus, 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 raus. Okay, okay, dann, du kannst dir doch neuen Kuchen backen, beruhig dich mal. Mann. Okay, Leute, jetzt schnell. Okay, wir gucken jetzt. Was macht der? Nein, ne, geh, den Ofen. Was macht der? Ich glaube, wir müssen jetzt einen neuen Kuchen backen. Oh, Mann, das ist perfekt. Komm schon. Geh an den Ofen, Brexie, komm schon. Dieser blöde Lumi hat all meinen Kuchen gegessen. So, hm. Wow! Nein! Was ist das? Oh, Mann, das funktioniert, Leute. Oh, mein Gott. Haus ist explodiert. Mein Haus. Nicht schon wieder. Brexie, was, was... Was machst du denn hier? Was ist denn mit deinem Haus passiert? Hast du da rum experimentiert, oder was? Mann, ich glaube, ich habe die falschen Zutaten benutzt. Oh, Mann, da ist ja alles kaputt gegangen. Soll ich dafür wieder aufbauen? Der Ofen ist explodiert. Ja, das war voll... Ich habe da meinen Kuchen genommen und da habe ich so Kuchenstreusel gemacht und dann habe ich den Ofen angemacht und dann ging der in die Luft. Oh, Mann. Was? Wieso denn nochmal? Oh, Mann. Check. Leute, wenn Brexie nur wüsste, was ihn gleich erwartet. Er wird gleich geschrumpft. Wow. Ja, also, Brexie, wie ich sehe, hast du nicht besonders viele Spielzeuge bei dir. Nee, wir sind doch hier eingezogen und guck mal aus dem Fenster, wie cool das ist. Aber das sieht ja wirklich cool aus, Leute. Jetzt ist es an der Ze... Zeig doch mal jetzt dein Spielzeug. Äh, äh, ich habe einen Nintendo 3DS mitgebracht. Äh, und weißt du, was ich auch mitgebracht habe, Brexie? Zeig. Das da. Oh, ich will das haben. Oh, weißt du, was das ist, Brexie? Äh, das ist eine Schrumpfmaschine. Nimm das. Oh, was ist ein süßer Brexie. Oh, was hast du gemacht, Lumi? Ähm, Brexie, du bist hier auf einmal ganz winzig, du kleine Maus. Oh, putz, 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 putz. Oh, lass das, du bist so groß, du spuckst einfach auf mich. Äh, wenn du Lust hast, äh, wollen wir zusammen was spielen, Schleimi? Nein, 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 viel nicht. Psst, noch ein, ähm, ähm. Klar, können wir machen. Äh, super. Dann lass uns doch am besten raus vor die Tür gehen. Ähm, und sicher, dass du auch ganz allein zu Hause bist, Schleimi? Ähm, nee, bei mir, also drüben oben in der oberen Etage sind meine Eltern. Äh, also hier ist niemand, sagst du? Na, außer die Schafe. Das ist Jürgen, da hinten das schwarze Schaf, das ist Oliver. Äh, äh. Jürgen. Ähm. Was hast du da in der Hand? Äh, gar nichts. Und, und du, du, du kommst da jetzt auch mit rein. Bleib stehen, nimm. Was ist denn das? So, ober auf. Was hast du mit mir gemacht, Lumi? Äh, bleib sofort stehen, Schleimi. Bleib stehen. Du entkommst mir nicht, Schleimi. Ha, das war's mit dir. Du kommst jetzt auch in die Flasche rein. Komm her und... Nein, bitte nicht. Zack. Und wie gefällt euch euer neues Zuhause, ihr kleinen Ameisen? Das ist so klein. Das ist so klein, dass uns rauscht. Oh man, Leute. Die Schrumpfmaschine ist der absolute Wahnsinn. Ich wünsche euch beiden jetzt eine wunderschöne gute Nacht. Wie ihr seht, es wird schon dunkel draußen. Ähm, schlaft gut, ihr beiden. Ha, ihr kommt hier nicht raus. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Oh man, Leute. Das war so lustig. Jetzt habe ich meine Diamanten völlig umsonst bekommen. Und während sie schlafen werden, werde ich sie gleich richtig lustig pranken, Leute. Wow, sie nimmt Pflicht. Wow, wow, wow. Sie traut sich mehr als ihr. Das kann ich aber nicht. Ah, warte, was steht drauf? Sag schon. Hannah, du musst die Aufgabe jetzt machen. Wir haben auch alle unsere Aufgaben gemacht. Jetzt sag schon, was musst du machen? Okay. Sag schon. In Badekleidung durch die Stadt laufen. Ha, 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 ha. Guckt mal, Leute. Sie läuft. Sie läuft durch die ganze Stadt. In Badeklamotten, wie peinlich. Ha, ha, ha. Komm, Hannah, du bist fertig. Komm, schnell nach Hause. Äh, ja, das war viel zu kurz. Noch eine Runde. Hä, Odi, jetzt reicht aber auch. Komm schon. Lass uns wieder reingehen. Ich nehme, äh, ich nehme Wahrheit. Wahrheit? Ja, dann musst du auf den Knopf drücken. Ja, okay. Drück drauf, drück drauf. Drück drauf, drück drauf. Ich habe Angst, Leute. Darf ich aussteigen, bitte? Leute, Leute, nein. Was reimt sich auf Odi? Äh. Blödi. Hey, das ist richtig. Okay, ich drück drauf, Leute. Komm schon. Was hast du für eine Aufgabe? Sag schon, was musst du uns verraten? Oh, ich will nicht. Lies vor. Sag es, sag es. Ja, okay, hier steht drauf. Hast du schon mal bei deinen Freunden geklaut? Jetzt kommt die Wahrheit raus. Aber nein, Odi würde sowas niemals machen. Doch, hab ich. Hä? Endlich ist es raus. Bei wem? Bei wem? Ich habe bei Lose Diamanten geklaut. Ich habe bei Braxy Bananen geklaut. Was? Ich habe bei Schleimlich Schleim geklaut. Und bei Hannah habe ich vorhin, ähm, Kaugummis geklaut. Er ist ein Clown. Ein Dieb. Aber Leute, es war nicht so gemeint. Entschuldigung. Ja, ich mag Odi. Ich verzeihe dir, Odi. Jeder darf mal einen Fehler machen. Aber es sollte nur einer bleiben, okay? Okay, okay. Ich mache es nie wieder versprochen, Leute. Also, Odi, wir vergessen die Frage einfach, okay? Okay, danke schön. Was verheimlichst du mir, du kleiner Spitzbube? Was ist das denn da hinten, Leute? Wartet mal. Irgendwas. Das riecht ja auch ganz komisch. Das riecht nach, nach Hannah, ihrem Parfüm von meiner Freundin. Ich schwöre, das riecht genau nach ihrem Parfüm hier. Hm, aber von wo, von wo kommt das denn? Das, das kommt irgendwo von da unten. Was ist das? Oh, ist das etwa ein geheimer Raum? Und warum scheint der Lila zu sein? Hm, Leute, ich werde mir das jetzt anschauen. So, und zu machen, dass auch ja nichts auf... Äh, 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 äh! Was ist denn hier los? Hier ist ja alles pink und... Höh, Hannah ist die Beste? Was? Ich liebe Hannah? 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 Überall Hannah? Doch, das... Das sind Anti-Sachen von Hannah. Oh, Leute. Sagt mir nicht, dass mein kleiner Bruder etwa besessen ist von meiner Freundin Hannah. Er hat sich hier einen Raum eingerichtet. Der ist komplett in ihrer Farbe. Ein Bett. Alles ist pink und überall sind so komische Hannah-Schilder. Sollte das etwa heißen, dass mein kleiner Bruder in Hannah verliebt ist? Oh nein, oh nein, oh nein, kleiner Bruder. Was verheimlichst du mir hier? Das gibt's nicht. Erst wird der groß. Jetzt hat er hier einen geheimen Raum, wo alles vollgeschrieben ist mit Hannah. Okay, okay, Jimmy. Du bist also ein kleiner... Ein kleiner Verbrecher und verheimlichst mir deine Sache. Okay. Wenn ich das Brexit erzählen werde, der wird das gar nicht glauben. Oh, oh nein, oh nein. Leute, ich muss das jetzt unbedingt... Unbedingt... Höh, höh? Nein, die sind wieder da. Oh nein, nein. Die wollen... Die wollen hier rein. Oh nein, ich muss mich verstecken, Leute. Schnell. Oh nein, oh nein. Nein, das ist jetzt wirklich der schlechteste Zeitpunkt. Oh, kommt die überhaupt hier rein? Mach's gut, Brexi. Bis morgen. Okay. Viel Spaß, Jimmy. Ich geh jetzt schlafen. Hast du Hannah gesehen? Hm. Hm. Nee, warum? Ach man. Alles gut, nur so. Ich hab was vergessen bei ihr. Ah, nee, nee. Alles gut, ich geh nach Hause. Tschüss. Ciao. Was geht hier vor sich, Leute? Oh nein, er kommt rein. Ach, arme Hannah. Ich vermiss dich echt. Wärst du nur hier und nicht bei Lumi, ey. Du, du passt viel besser zu mir. Hm. Ich, ich, ich muss erstmal wieder zu meinem Altar gehen. Ich will, dass ich Hannah da, nämlich frage, ob sie mich heiraten will. Hm. Will er jetzt etwa runter... Er will runterkommen. Was mache ich jetzt? Ich muss mich irgendwie verstecken. Leute, ich werd mich da drin einfach als diese, als diese komische Rüstung da tarnen. Oh, er kommt runter. Schnell, schnell, schnell. Und da rein. Schnell. Leute, ich hab mich jetzt versteckt. Oh. Er riecht so gut. Hannahs Parfüm ist echt schwierig zu kriegen. Immer muss ich irgendwelche Kissen da klauen. Och man, arme Hannah. Eines Tages kommst du her und ich werd dich heiraten. Was? Er will sie, er will sie heiraten. Leute, er ist ja förmlich besessen von ihr. Oh man, das ist ja krank. Was für Geheimnisse hat mein kleiner Bruder denn nur? Oh nein, ich muss ihn weiter belauschen, Leute. Ich werd jetzt aber, ich werd erstmal slaven gehen. Ich bin müde. Soll ich heute Nacht hier bei Hannah slaven? Vielleicht träum ich dann von ihr. Hm, das ist eine gute Idee. Ich leg mich hier slaven. Gute Nacht. Leute, er sagt, er will von ihr träumen. Oh, er ist doch krank, der kleine Junge. Er hat sich jetzt schlafen gelegt. Das ist mein perfekter Zeitpunkt um hier. Oh, ich hoffe, er hört das nicht. Oh Leute. Oh, jetzt bloß. Nichts will raus hier. Oh. Schnell, schnell, schnell. Sie ist draußen. Sie haben sich getroffen. Jetzt müssen wir unsere Augen offen halten. Warum hat sie eine Blume in der Hand? Sie gibt dir nur eine Blume? Aber warum? Mann, der dumme Baum ist im Weg. Ich seh nix mehr. Mann, ich seh nix. Oh Mann. Leute, was hat sie vor? Mann. Oh, sie laufen direkt hier runter. Was zur Hölle machen die beiden? Hä? Mann. Ich hör nix. Ich muss irgendwie näher. Wartet Leute. Ich muss auf den Baum da runter. Oh. 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 Okay. Jetzt alle geizgenau zuhören, Leute. Was geht da vor sich? Dino, du bist eigentlich voll nett. Und ich würde gerne mehr mit dir machen. Ja, also eigentlich, ähm, also eigentlich, also warum hast du mich jetzt hierher bestellt? Ähm, weil es heute ein schöner Tag ist und das Wasser so schön ist und ich wollte mit dir unterwegs sein. Okay, also sonst machen wir das ja nicht. Also, ja, danke für die Blume, ne? Gerne. Ich hoffe, die gefällt dir. Sie hat sich mit ihm getroffen, weil heute ein schöner Tag ist? Das fühlt sich irgendwie nach einem Date an. Was läuft da vor sich? Ähm, Dino, möchtest du schwimmen? Wim, ich bin kein guter Schwimmer. Nein, nicht so gerne. Egal, ich kann dir helfen. Komm, Dino. Okay, ja, okay. Dann schwimm, dann ein bisschen Spaß, ja. Oh nein, Leute. Sie hat ihn ins Wasser gelockt. Sie will ihn bestimmt ertrinken. Oh nein, das müssen wir jetzt ganz genau beobachten, Leute. Oh weia. Wehe, Hannah. Oh. Ja, gut, das war ein gutes Schwimmen. Ja, war ein super Treffen, Hannah. Müssen wir öfters machen, oder? Ja, das macht voll Spaß. Ich habe mit dir viel mehr Spaß als mit den anderen. Hä, was soll das jetzt heißen? Bis zum nächsten Mal, Dino. Äh, äh, das hat sie nicht getan. Hä, äh, 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 was? Lumi, wo kommst du denn hier? Was zur Hölle? Geht hier vor sich. Dino, wie konntest du nur? Hannah, wie konntest du nur? Was habt ihr getan? Was soll das? Sie wollte, sie wollte mich küssen. Sie wollte mich küssen. Dino, aber warum lässt du das auch zu? Und Hannah. Oh nein, Leute. Ich fass es nicht. Hannah, Hannah hat einfach. Leute, das ist zu viel. Das geht nicht. Mann, Hannah ist einfach richtig gruselig. Sie macht komplett verrückte Dinge. Jetzt wollte sie auch noch Dino küssen. Oh nein, Leute, da stimmt was nicht. Es trommelt schon, Leute. Es wird dunkel. Jemand kommt, glaube ich. Wow. Willkommen zur heutigen Show. Verstehen Sie? Hallo, Tegung. Ich habe eine Frage. Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Mann, Jimmy, du kriegst noch Ärger, wenn du einfach auf die Bühne läufst. Komm lieber schnell runter. Wer lacht, verliert. So nennt sich die Challenge. Wer also nicht lacht, gewinnt 20 Diamanten. Hey, das ist voll witzig. Nein, wer lacht, verliert, Jimmy. Du darfst nicht lachen. Ach Mann, das wird voll schwierig. Okay, fangen wir mit der Mitte an, die junge Dame. Ich möchte nicht anfangen, nein. Ich bin schüchtern. Ja, Hannah, du musst jetzt dich zum Affen machen und irgendwas Lustiges machen. Hä, komm schon, geh auf die Bühne. Mach schon, Hannah. Ja, dann mach schon, Hannah. So, meine Damen und Herren. Es wird endlich Zeit, die erste Teilnehmerin zu zeigen. Wow, Applaus. Sie ist schön. Wir klatschen, klatschen, Jimmy, klatschen. Yippie, let's go. Darf ich vorstellen? Hannah. Ich traue mich aber nicht. Ich sagte, komm auf die Bühne. Mach schon, Hannah. Ja, komm, Hannah, du schaffst das. Ja, genau. Ich bin Hannah. Ich wohne hier in der Stadt und ich spiele Gitarre. Gitarre? Ist die Jimmy? Hey, die Nomi hat gelacht. Na, ich habe noch gar nicht gelacht. Hört ihr das Trommeln? Ich glaube, er kommt. Oh, es geht los, Leute. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Ich bin's, Jimmy. Und ich sage euch ehrlich, jetzt müsst ihr lachen, weil ich werde euch jetzt einen Witz erzählen. Okay? Hört genau zu. Was ist klein und orange? Du. Nein, eine Moorrübe. Mann, ihr müsst mehr nachdenken, Leute. Oh, Mann, Leute. Oh, nein. Es funktioniert nicht, Leute. Die lachen nicht. Es ist nicht witzig. Wartet, ich habe eine Idee, Leute. Hey, hey, stopp. Ihr habt gelacht. Das zählt. Genau, ihr habt gelacht. Aber, aber wer hat mal Nomi gelacht? Das ist doch, Mann. Nein, lachen ist lachen. Genau. Jimmy, also dein Witz war echt lustig. Siehst du, es haben alle gelacht. Hast du gemerkt? Ja, das habe ich besonders von Hannah gemerkt. Okay, ich würde sagen, Bühne ab für Dino. Dino, let's go. Here we go. Und ein. Kaff auf. Das ist witzig. Du Idiot. Du hast nicht meinen Führerschein. Ich habe es geschafft, ja. Aber jetzt musst du uns Diamanten geben. Wir hatten eine Abmachung, Dino. Wir meinten, dass, wenn wir lachen, du uns ein Diamant geben musst. Ja, du brauchst jetzt gar nicht abhauen. Gib jetzt unsere Diamanten, Dino. Genau. Ja, okay, gut. Dann wird es mal Zeit, dass ihr was kriegt hier. Oh, ein Jippie. Oh, endlich meine Diamanten. Und ich muss ehrlich sagen, ich musste wirklich lachen. Es war wirklich lustig. Ich auch. Das war das Witzigste heute. Vielleicht. Oh, ich hab's. Ich, auch wenn das peinlich ist. Leute, ich werde einfach in Badesachen über die Bühne laufen. Das wird die bestimmt zum Lachen bringen. Wartet ab. Und. Wow. Mann, Leute. Hört auf zu lachen. Guckt weg, Mann. Das sind meine Badesachen. Ich, ich, ich werde die damit jetzt zum Lachen bringen. Aber ihr sollt nicht lachen. Hört auf damit. Okay. Äh. Oh, oh. Was trommelt. Es wird dunkel. Leute, das ist mein Auftritt jetzt oder nie. Oh, los geht's. Wer ist das? Lumi, bist du da? Hi, Freunde. Mein Name ist, äh, Lumi. Ähm, ja, also, ich hab mich heute dazu entschieden, dass, äh, der Umwelt zuliebe, äh, ziehe ich keine Klamotten mehr an und gehe in Badesachen durch die Stadt. Genau. Was ist denn mit Lumi los, ey? Leute, ich glaub, das ist gar nicht Lumi, oder? Äh, doch, und außerdem ist das auch voll lustig, Mann, weil ich hab ja gar kein T-Shirt an, stimmt's, äh, voll lustig. Du bist nicht lustig. Hä? Hör auf, meinen Bruder voll zu werfen, das geht gar nicht. Und außerdem... Ach, das ist Lumi. Ja, ja, hallo, schaut mal, ich hab nur ne, ne Badehose an, ist das nicht voll peinlich? Hihi. Oh, nein, die Muskeln. Ja, ein Ultra Sixpack. Ja, oh, ha. Ja, oh, nein, Leute, vielleicht ist das irgendwie ein bisschen zu cool. Vielleicht, weil ich so coole Muskeln hab. Oh, Mann, es ist doch nicht so lustig. Mann, äh, 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 schaut mal, die Leute da hinten lachen mich schon alle aus, weil ich gar nix anhab, Hihi. Hier ist doch gerade keiner. Äh, äh, doch, da hinten hab ich jemanden lachen gehört. Genau, Jimmy, die müssen mir helfen, die müssen lachen, Mann, komm schon. Ja, Mann, äh, äh, was war das nicht mit der Show? Äh, Mann. Das ist nicht lustig, Lumi. Oh, okay. Och, Mann, Leute. Hihi, doch, das ist lustig, Leute. Dann gib du ihm doch einen Diamanten. Ich fand's nicht lustig. Oh, Mann, Leute, es war gar nicht lustig. Keiner hat gelacht. Mann, ich dachte, es ist lustig, wenn ich in Badesachen auf die Bühne gehe. Stattdessen hab ich mich nur zum Affen gemacht. Och, Mann, das war eine dumme Idee. Ich geh wieder zum Publikum. Hallo? Hanna? Oh. Ähm, ähm. Hi, Lumi, wie geht's dir? Äh, mir geht's gut. Sag mal, hast du vielleicht kurz Zeit? Darf ich kurz reinkommen? Ähm, 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 nein. Schon Zeit noch. Äh, was? Hanna? Hallo? Was ist denn los? Lass mich doch kurz reinkommen. Nein! Komm, Hanna, komm mit. Wir setzen uns hin. Ich muss dir was ganz Wichtiges erzählen. Beziehungsweise muss ich dich was fragen. Komm, setz dich hin, Hanna. Hab dich nicht so. Lumi, ich hab keine Zeit. Was ist los? Komm schon, setz dich hin jetzt, Hanna. Weißt du, ich hab was richtig Cooles mir überlegt. Und zwar, was hältst du davon, wenn wir beide heute Abend gemeinsam ins Kino gehen. Ins Kino? Aber... Äh, ja. Ich liebe Kino. Ich kann aber nicht. Hä? Wie? Warum kannst du nicht? Weil, ähm, ähm... Was sag ich jetzt? Weil meine Mutter zu Besuch ist. Und ich muss mit ihr was machen. Ja, ich verstehe. Familie geht natürlich vor, Hanna. Äh, schade. Äh, okay. Dann sehen wir uns morgen oder... Bis morgen! Äh... Hä? Mann, Leute. Hanna ist so komisch. Sie hat sonst immer Lust, ins Kino zu gehen. Hm. Sie meinte, sie will heute Abend ihrer Mama helfen. Das werde ich beobachten. Ich werde jetzt kurz zu meinem neuen Nachbarn gehen. Dino, der wohnt da oben. Ich frage ihn, ob er Lust hat, mit mir gemeinsam Hanna auszuspionieren. Weil irgendwas stimmt da nicht. Ähm... Hallo? Dino? Bist du zu Hause? Ich brauche deine Hilfe. Dino! Oh Mann, ist der gar nicht zu Hause? Mann, Dino, mach doch auf. Hä? Dino? Hallo? Bist du... Bist du... Oh mein Gott, hast du mich erschrocken. Mann, Dino. Das war ein Prank. Oh Mann, Dino, du musst herkommen. Ich muss dich was fragen. Ich brauche deine Hilfe. Komm her jetzt, Mann. Was ist denn? Können wir nicht einfach spielen? Nein. Ich wollte heute mit meiner Freundin Hanna ins Kino. Sie verhält sich richtig komisch. Sie hat keine Zeit, obwohl sie immer Lust hat, ins Kino zu gehen. Und zwar, jetzt kommst du ins Spiel. Ich brauche deine Hilfe. Ja? Du... Ja? Du... Du hast doch super Equipment. Wir müssen irgendwie Kameras oder irgendwas platzieren, damit ich sie beobachten kann. Du hast doch sowas, oder nicht? Aber... Aber... Aber warum gehen wir nicht einfach ins Kino? Äh... Weil ich keine Zeit habe. Weil ich hier Hanna beobachten muss, Dino. Oh Mann. Ja, okay, ja, okay. Ich komm mit. Ja, gut. Ja, du hast dein Kamera-Equipment doch. Du... Du musst mir das leihen, bitte, Dino. Ja, warte mal. Ich guck mal, wo ich das... Wo hab ich das denn... Wo hab ich das denn hingepackt? Ich weiß... Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das hingepackt hab. Oh Mann, du... Komm einfach gleich nach. Okay. Ich werde jetzt heimlich Kameras platzieren. Und dann werde ich beobachten, was Hanna heute macht. Weil wenn sie nicht ihrer Mutter hilft, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann hat sie mich nämlich angelogen. Oh, okay. Wir sind jetzt bei Hanna. Ganz leise machen, Dino. Hast du alles dabei? Die Kameras und so? Ja, ich hab alles dabei. Los, los. Das wird bestimmt lustig. Okay. Wir müssen jetzt hier oben irgendwo die Kamera platzieren, Dino. Na, aber... Aber wo? Wo? Lalalalala. Sie kommt. Sie kommt. Versteck dich. Oh. Oh. Ja. Oh. Oh. Oh mein. Sieht man mich? Sieht man mich? Nein, nein, nein. Wir müssen uns... Oh. Ja, nicht. Ja, nicht hinstellen. Oh. Bleib hier auf dem Boden. Oh nein. Was macht sie da, Dino? Siehst du das auch? Ja, aber... Was macht sie da? Ich hab das Gefühl, sie versteckt irgendwas vor uns. Sie hat da irgendwas in ihrer Kiste. Hm. Wie gesagt, ich sag ja, Hanna ist sehr, sehr merkwürdig in letzter Zeit. Ja, wollte sie nicht mit ihrer Mama sein? Ja, heute Abend, meinte sie. Komm schon, Dino. Gib mir die Kamera. Ich werd jetzt die Kamera platzieren. Oh. 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 Hast du den Monitor, Dino? Ja, ich hab ihn. Ich guck drauf. Ich guck drauf. Okay. Hey, ich platziere jetzt die Kamera. Warte. Oh Mann, Leute. Ich hoffe, sie sieht das nicht. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Ich hab sie platziert. Jetzt nichts wie weg. Renn, renn, renn. Komm schon, Dino. Renn, renn, renn um dein Leben. Sie darf das ja nicht mitbekommen. Okay. Dino, du siehst, es ist jetzt dunkel. Komm, lass uns hoch. Wir müssen jetzt in die Kamera reingucken. Okay. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Okay. Das bringt dir Spaß. Das ist so wie ein Geheimagent. Hier, guck mal. Oh Mann, wir müssen jetzt da reinschauen. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie das Haus verlässt. Und dann schauen wir, was sie eigentlich vorhat. Weil ich glaube nicht, dass sie ihrer Mama hilft. Okay, ich mach uns einmal Licht. Bist du bereit? Ich schau jetzt rein, okay? Ja, guck rein, guck rein. Aber sag mir, was du siehst. Okay. Okay. Ah. Dino, ich bin in der Kamera. Also bisher sieht alles gut aus. Ich... Nein, Dino. Ich sehe Hannah. Sie läuft da rum. Was macht sie denn? Was macht sie? Was siehst du? Sie läuft in den Wald, Dino. Sie geht nicht zu ihrer Mama. Warte, ich muss reinzoomen. Sie... Aber warum hat sie uns denn angelogen? Ich weiß nicht. Sie guckt sich auch gerade merkwürdig um. Wie als würde sie schauen? Sie hat einen Creeper-Kopf platziert? Und jetzt sehe ich sie nicht mehr. Hä? Warte, ich muss raus aus der Kamera. Dino, wir müssen uns das anschauen gehen. Sie ist irgendwie in einen Wald reingelaufen. Ich weiß nicht. Irgendwas verheimlicht sie uns. Schnell, komm mit, komm mit. Ganz schnell, aber auch. Vielleicht geht sie gleich weg. Wir müssen ganz schnell da sein. Oh, Beeilung, komm schon. Wir müssen uns echt beeilen. Renn, 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 renn. Mann, Leute, was verheimlicht sie uns? Ich glaube, hier geht es irgendwie in eine Höhle oder so etwas, Dino. Okay. Ich weiß nicht, aber das scheint mir alles ein bisschen zu gruselig gerade. Nein, du musst bei mir bleiben. Du darfst mich doch jetzt nicht alleine lassen, Dino. Du hast recht. Ich bleibe bei dir. Ich bleibe bei dir. Hier geht es nach unten. Na, schubst mich doch nicht. Aua. Tut mir leid, ich fand es irgendwie lustig. Komm runter, Mann. Da oben ist ein Creeperkopf wieder. Siehst du ihn auch? Nein, nein, ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Nein, wir sind, Hannah, ganz knapp auf der Spur. Jetzt mach schon. Ich komme ja. Ich komme ja. Hier ist ein Creeperkopf, aber hier ist eine Sackgasse. Hier geht es nicht weiter. Numi, ich glaube, das ist das nächste Symbol. Wir sollten vielleicht durch die Wand irgendwie kommen, oder? Hörst du das? Ich höre da irgendwas laufen. Hinter der Wand da. Ja, ja. Komm schon, helfen wir beim Drücken. Wir müssten, glaube ich, hier durch. Glaubst du wirklich, dass da was ist? Mach schon. Warte, was zur heiligen Hölle. Dino, siehst du das? Das ist Hannah. Das ist Hannah. Und das sind Creeper. Wie macht sie das? Wie macht Hannah das? Warum explodieren die Creeper denn nicht? Da ist Hannah. Sie hat sich ein Creeperkopf aufgesetzt, Dino. Hannah ist ein Creeper? Ich verstehe. Meine Horde. Lang genug wurden wir unterdrückt von den Oberwäldern. Wir stürmen die Stadt und holen uns alles. Sie will irgendwas. Sie will die Stadt stürmen. Mit Creepern. Dino, was geht vor sich? Ich weiß es nicht. Nein, nein, nein. Wir müssen hier weg. Dino, schnell, schnell. Dino, Dino. Wir müssen so schnell, wie es geht, raus hier. Lumi, bitte. Okay, da wären wir. Das ist mein Zuhause. Ich weiß. Müssen wir da jetzt unbedingt reingehen? Nö, eigentlich nicht. Los, das ist doch eingeladen. Oh, Mann. Brexi, nicht so vorheilig. Wo, 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 was machst du denn hier? Hä? Hä, du sagst doch heute irgendwie.